Wie kann ich das? Ähm... Ich glaub mal... Doch, ich glaub wir müssen da runter. Aber wir müssen dann auf das Holzding wahrscheinlich. Oh, bist du lang. Hm. Wie, nope? Willst du mich verarschen? Hi, Billy. Hi, Max. Fuck. Mate Block Harrier. It's possible. Nein! Ah, du landest ganz am Anfang. Trotz Betten. Okay, warte. Ist egal, ich flieg rüber. Ich guck mal von oben. Kannst mich auch teleportieren. Eigentlich. Jetzt bin ich schon da. Wobei, du musst ja den Matzen nochmal machen. Gut. Good job, you finally used your brains. What? What? Dankeschön. Aha. Du Hure. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub... Nee, doch nicht. Okay. Jawohl. Äh. Äh. Was mir grad so auffällt. Was? Wir hätten von Anfang an, wir hätten den Turm gar nicht springen müssen. Oh. Wenn von Anfang an hier rüber laufen können. Einfach hier hoch. Okay. Und dann hier. Okay. Der Mapbesteller gefällt mir langsam. Sein Dummer. Ah. Da. Kann noch nie Gas sein. Das ist ein Feil. Das ist ein Leiter. Was? Was? Echt jetzt? Was zur Hölle, Alter? Okay. Was zur Hölle? Was? Wo bist denn du? Ach du bist... Ich bin schon weiter. Kann nicht sein. Also ich... Ja, ich warte einfach mal hier. Ja. Jetzt ist es easy going. Sag das nicht vorher, bin ich runtergeflogen hier. Du bist auch ein Noob. Du bist ein Noob. Soll und jetzt? Aber wir könnten auch da rüber. Schau mal. Alter, das ist... Das ist assi. Ja. Aber machbar. Ich denke das ist... Verdammt. Wuh. Warte mal. Ich glaube echt von der anderen Seite her ist es... Einfach. Ja, das rollt nur. Alter, da ist eine Leiter dran, anders... Muscht glaube ich. Muscht mit der Leiter. Verdammt. Ohre. Ach komm, das kann es doch nicht. Jawoll, ja. Nice. Nein. Nein. Nein, ich war drauf. Man darf ihm nicht glauben, die Pfeile stimmen nicht. Aber ich denke andersrum wäre es auch möglich sogar. Ja, es wäre vielleicht sogar machbar. Aber mir leider ist es, glaube ich, einfacher. Oh, ich habe es so leider kacke. Ja, das müssen wir, glaube ich. Nein, nein. Das muss noch 10 mal... Gesagt, ja. Und dann auch 20 mal nochmal gesagt werden. Alter. Ich glaube, die Map ist nicht so groß. Ja. Okay, ich kann mich auch ehren, aber... Oh ja. Ich glaube... Nein, nicht groß. Ich konnte noch nie drüber fliegen bisher. So wirklich. Ja. Also im Singleplayer konnte ich keinen... Game-Mode anmachen. Nein. Und... Hier auf... Auf dem Server... Habe ich noch nicht gemacht. So ich auch gar nicht mache, Kerle. So sieht's aus. Oh ja. Bald ist das ja auch schon wieder rum, Matze. Oh ja. Ging wieder schnell auf die Hoche. Ja. Und man wird immer älter. Ja, Mann. Ich merke das so... Üben. In letzter Zeit merke ich das schon ein bisschen. Wie du älter wirst. Wart so... Ja. Weil so... Keine Ahnung. Mein... Ich... Mein kleiner Cousin kommt das so langsam halt so... Das ist in der 5. Klasse. Ja gut, wenn man noch verwandt hat, dann ist das echt krass. Ja, das merkst du dann einfach übel. Da denkst du dir, Alter. Ohne Spaß. Alter. Ich kenne den noch, der hat den noch in die Hosen gemacht. Ja, Mann. Ja, und du denkst, ja, ich bin eigentlich nicht so richtig älter geworden. Oder so. Aber irgendwie merkst du dann doch... Jawoll. Wie... Wie war ich... War ich so... So halt... Ich halt auch wieder ganz anders, dass du... Hier trollt auch einfach nichts. So alt bin ich jetzt auch noch nicht. Verdammt. Also es ist wirklich von beiden Seiten möglich, weil ich bin grad zweimal über die Leiter quasi drüber gesprungen. Ja. Ich hab's gemerkt bei einem Kumpel. Ich hab den seine Schwester mal wieder getroffen. Die ist jetzt... Ich glaub auch schon 17 oder 18. Und... Okay. Als ich die damals... Also als ich damals öfter mit ihm noch was gemacht hab, da ist die noch in den Kindergarten gegangen, glaub ich. Oha. Oder Grundschule. Ja, irgendwo Grundschule war's, glaub ich. Dritte Klasse oder sowas. Wenn ich jetzt überlege... Ja, die ist jetzt 18. Schon krass. Mhm. Ja, oder so Clash hab ich auch so... Hier... Oder... 97... Oder der 2000er Jahrgang, so... Die sind ja jetzt auch schon 14, Alter. Das ist mir nicht aufgefahren. Ja. Aber dann... Junge, Junge, Junge. Wart mal noch vier Jahre ab, ja. Dann sind die ganzen Teenie-Pornstars 18. Und im Jahr 2000 geboren. Boah. Boah. Alter, das ist... Alter, ja, Mann. What the fuck, Alter. Das ist richtig. Ich will nicht älter werden. Du musst einfach schwarz werden, ganz ehrlich. Guck dir mal die Schwarzen an, ja. Aber... Ich mein... Die bleiben immer jung, irgendwie. Ja. Nimm mal hier Pharrell Williams, oder wie der heißt. Alter, der ist... Der sieht aus wie... Als wäre er jünger geworden. Oh, ja. Der hat sich operieren lassen, weiß ich. Live on stage. Ja, genau. Von Platzi. Oder hier in England, da war doch auch dieser Fußballer, der sich als 17-jähriger ausgegeben hat. Und schon fast 40 war. What the fuck? Ja, Mann. Du hast es dem einfach nicht angesehen. Auch ein... Scheiß. Ja, klar. Ja, auch so. Ich... Ich komme... Also, ich... Ich bin ja schon 20, Alter. Ich denke, Alter. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Aber die fühlen mich noch gar nicht wie 20. Das habe ich auch mal gedacht. Damals. Damals, ja. Lang lang ist es her. Oh, das war so lange auch wieder, ne? Ja. Nächste Woche ist schon wieder länger her. Ja. In der Tat. In der Tat. In der Tat.